Seit dem letzten Update ist das so. Seit dem letzten Systemupdate ist es super. Gehnt euch zurück und gönnt euch. Haptic mit Bart ist wieder hier und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier einen kleinen Freund, der mich schon lange begleitet hat. Stell dich doch vor, du kleiner Huch und so. Ja, ich wollte doch gerade über dich reden. Okay, das war eine kranke Szene. Auf jeden Fall. Oh, ich werd wie 15 aus. Nein, ich werd wie 10 aussehen, wenn ich verrasiert werde. Wenn ich im Game rasiert werde, weil dann guck ich immer so und dann seh ich wie 10 aus. Nein, es ging um meinen Bart. Okay, ich fick mein heiliges Scheiß. Ich baue erstmal einen Keks, den ich hier zufällig vorbereitet habe. Ich will in dieses Game... Was zur Hölle mach ich gerade? Ich will in Modern Warfare ein bisschen Spannung reinbringen, weil das Game an sich wenig Spannung hat. Und deshalb werde ich jetzt sagen, schaffe ich es in einem der drei Spiele Team Deathmatch, nicht einmal 30 Kills in einem Game zu bekommen, dann rasiere ich mir meinen Bart komplett ab. Nach so langer Zeit. Ich vermisse ihn jetzt schon. Ich mach ein Bild. Perfekt. Ich bin 24. Guck mal, diese Barthaare. Man sieht jeden einzelnen. Okay, meine Damen und Herren. Ich bin wirklich... Ich bin... Okay, wir haben direkt... Wir sind in... ...asier KF. Mit... ...Inspektor Speck. Okay, ich nehm einen großen... Großen... Gro... Großen Kork. Nein, Spann. Großen Schluck Wasser. Ich muss mich jetzt darauf vorbereiten. Ich stehe aber direkt. Die einzigen zwei... Ja, es fängt schon mal... Mein ganzes Team steht im Spann. Ich muss aber aggressiv spielen. Und aggressiv spielen in der MW heißt direkt Nachteil. Das heißt, eigentlich bin ich... Ich bin aufgeschmissen. Wir machen einfach so ne Mischung aus taktisch und aggressiv. Das heißt, man geht immer vor und dann... Ja, aimt man ab. Damit man... Camper die immer... Ist das jemand, AFK, Amespawn? Okay, ich muss damit aufhören. Ich muss mit dem Scheiß aufhören. Och... Oh Gott, die sind alle so... Ich muss sofort pushen. Ich darf nicht vergessen, dass ich... Das Spiel wird eh durchs Zeitlimit ablaufen und ich werde am Ende nicht genug Kills haben. Ich weiß... Ich will gar nicht gucken. Ich überspring die Camper. Wo war der? Auf jeden Fall gibt es nur zwei Regeln. Und die sind erstens, das Spiel muss von vorne angefangen haben. Also ich darf nicht in eine laufende Lobby joinen. Und sobald ich einen Versuch angefangen habe, muss ich ihn auch nehmen. Das heißt, diesen hier muss ich nehmen. Egal wie es läuft. Sonst wäre es ja langweilig. Und das ist der erste Kill. Das heißt nur noch 29. Oh, der ist hier gespawnt. Sehr gut. Noch jemand hinter mir? Nein? Ich habe das Gefühl, ich werde jetzt irgendwo abgeämt, wenn ich jetzt weiterlaufe. Oh nein, da sind noch die Sticker auf meiner Waffe. Habt ihr es gesehen? Warum passiert nichts? Man hört nichts! Man hört nichts! Man hat gehört, wie meine Totenstille zurückgeht. Digga, nein. Was war das für eine dumme Idee? Ich habe zwei Kills. Okay, da ist jemand. So, noch ein Kill. Es sind schon mal drei. Es könnte... Es könnte... Nein, hier ist noch jemand. Oh, let's go. Es könnte klappen. Ich habe, glaube ich... Nicht dein Ernst. Game Save. Ja, da. Save. Noch jemand? Okay, noch einer? Sehr gut. Na? Nein. T-Mate. Ach, Digga. Mann, nicht dein... Nein, da noch. Ach, Mann. Das ist die erste Lobby, in die ich reinjoine. Das ist jedes Mal so. Das ist immer die erste Lobby, in die ich reingehe. Wo es so ist. Oh Gott, sei Dank habe ich den noch bekommen. Ich muss taktischer spielen. Ich darf nicht zu viel rushen. Ich glaube, da oben war ich... Ja. Nein. Nein. Oh Gott, die sind so schlecht. Aber trotzdem holen sie mich, weil schlechte Leute hier bevor... Egal, das haben wir tausendmal schon... Nein. Oh, Digga. Drohne... Nein. Oh mein Gott, let's go. Oh, da oben, da oben. Es läuft, es bleibt. Ich hab ne Streak, ich hab ne Streak. Oh nein. Die Punkte nehme ich mehr. Wie viel habe ich? Zwölf, 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 zwölf. Ich brauche noch... Ich brauche noch... Absolut schlechte Mathe gerade. Trinity. Erstmal das Pad rausholen, dann ins Pad rein, dann aus dem Pad in die Rakete rein. Jetzt kann man es erst benutzen. Die Steuerung davon ist zu weird, Alter. Die Hälfte des Matches ist genau jetzt vorbei und... Ja, hier war es... Oh Gott, den habe ich hinter mir gehört. Wie schnell die Leute droppen. Ich glaube, die Drop-Time wurde sogar noch runtergenommen. Ich habe übrigens mal ein Video aus der Beta gesehen, Leute, wo die... Oh Gott, ich habe ein Video aus der Beta gesehen, wo die Drop-Time noch viel, viel höher war. Da war es auch viel besser. Das Movement war schneller und die Drop-Time höher. Also genau das, was gute Spieler... Digga, warum kommst du da raus so... Oh, hey! Ich muss mich so beeilen. Es darf nichts schief gehen. Nein, den hätte ich... Habe ich den bekommen? War das ein Kill? Ja, 17. Oh mein Gott, das zählt. Oh, 18. Let's go! Let's go! Vielleicht denken auch einige, ich mache es so lange, bis ich irgendwie schlechte Spiele habe und dann mein Bad passieren muss, weil ich es nicht schaffe. Alter, war das laut gerade. Das ist aber nicht so. Ich würde nämlich daraus einfach eine Serie machen. Wenn ich es jetzt schaffe... Zum Glück bist du AFK, Digga. Hier war glaube ich noch jemand. Ja. Komm her, komm her, komm her, komm her. Wo bist du? Wenn ich es jetzt schaffe... Ja, also in diesem Spiel quasi schaffe 30 Kills zu machen, dann ist es vorbei. Dann war es das erste Video und ich kann mehrere draus machen. Für mich ist nur ein doppelter Vorteil. Ich muss 10 Kills machen in 2 Minuten. Ich werde es... 2 Minuten 40, 10 Kills. Okay. Ich muss kurz ab-aim. Du pushst zwar zum Geschehen. Ich aim ab und schaff's nicht. Guck mal, so wird man geholt. Drei Leute, die pre-aim, da hat man keine Chance? Nein. Digga, ich hab grad... Ich brauche 9 Kills. Ein besseres Spiel als das. 9 Kills? Geht das überhaupt? Es geht bis 75, oder? Ja, ich glaube es geht nicht, oder? Geht bis 75, ich weiß nicht. Wo kommst du her? Out, man. Wie immer die Österreicher. Reichenthal, natürlich. Aus Österreich heißt man so. Ich werde viel zu aggressiv. Wenn ich anfange, ganze Länder zu beleidigen, dann wisst ihr, ich bin wirklich, wirklich im Rake. Okay, aber es schaut so aus als... Ja, ein Kill noch. Ich hab's nicht geschafft. Ja. 23 Kills. Verdammt, es geht nur bis 75. Das heißt, 30 Kills ist noch viel schwieriger. Ich brauche ein schlechtes Team, aber auch ein schlechtes Gegner-Team. Ich habe oft auf Twitter gepostet, irgendwann werde ich mal meinen Bart rasieren, um quasi die Reaktion der Leute schon vorher zu bekommen, ohne dass sie vom Video wissen. Ich kriege sowas wie das. Und jemand schreibt, nee, so wirst du aussehen. Hier schreibt einfach einer mit 8 Likes gemeldet. Jemand schickt mein Kanal-Profilfil. Stimmt, ich bin ja hier keine Ahnung wie alt. Wahrscheinlich 17 oder 16, Alter. Ich werde wieder so aussehen. Ich werde wie 16. Rasier dich doch mal wieder, das steht dir bestimmt super. Ich... Ach man, ey. Auf ins nächste Spiel. Das Ding ist, hier gibt's auch kein Ekea-System. Da werden Dämonen beschwört. Gunrunner, okay, das ist gut. Und es beginnt. Komm, let's go. Bitte, mein Team läuft langsam los. Einmal will ich, dass sie langsam loslaufen. Bitte. Nein, genau. Sie sprinten jetzt los, sonst bleiben sie mal im Spawn stehen. Ich hab das beste Team der Welt. Ich hab verkackt. Alle rushen. Ich bin direkt hinter dir. Okay. Okay, Digga. Oh Gott, der ist hier down gegangen. Der direkt hinter mir war. Ich hoffe, ich werde wenigstens... Sehr gut. So kann's weitergehen. Let's go. Nein, ich hab was gehört, wollte ich gerade sagen. Ein Shotgunner. Ein Shotgunner. Wo seid ihr? Ich bin noch mitten im Spawn. Wo zur Hölle? Da. Let's go. Nein. Verdammt. Ich wusste es. Ich wusste, dass da jemand wartet. Hier wartet immer jemand. So kann's weitergehen. Schnell durch. Jetzt in den Spawn. Ich muss in den Spawn. Anders kann ich nichts schaffen. Wenn man hier respawn, dann verliert man immer wertvolle Zeit. Man darf alles machen, nur keine Zeit verlieren. Man darf nicht respawnen in diesem Spiel. Ihr müsst einfach genauso weiter reinlaufen. Genauso. Ja, genauso. Weiter. Let's go. Ja, die spawnen hier. Sehr gut. Sehr gut. Lauf rein. Lauf. Und hier auch. Komm. Komm doch. Wo bist du? Was machst du? Warum bist du Afka? Nein, da ist noch jemand. Push mich. Kommt doch. Warum wartet... Nein, da ist eine Claymore. Warum wartet ihr jetzt? Was ist hier los? Okay, wir haben neun Kills. Das geht, das geht, das geht. Das geht von den Kills her. Komm rein. Alter, das dauert viel zu lang. Wenn ich die Streak aktiviert habe, mache ich drei Kills mit der Waffe. Warum steuert man die Streak so, dass man so nach oben gehen muss? Oh nein. Das ist so eine komische Steuerung, Mann. Verdammtes Scheiß. Ja, hier ist ein Steinlöwe. Okay, keine Zeit für so ein... Wir rushen hier rein. Ich glaube, hier werden die Leute sein. Ein kleiner Freestyle. Denk einfach, es wäre Beophil. Was würdest du da machen? So sliden und springen. Genau so. Einfach dran denken, dann funktioniert es auch. Komm mal da oben. Kleiner Bein. Da hinten kämpft er. Ich habe es gesehen. Noch einer. Und der andere. Komm. Okay, komm. Noch jemand. Let's go. Genau so. Alle Abfarmen, die hier im Spawn sind. Oh, ich habe jemanden durch die Wand gesehen. Ich höre ihn. Nein, die sind überall. Die sind überall um mich herum. Nein. Geh durch, geh durch, Jim. Da, na. Da. Nein, komm her. Let's go. Ich mache perfekt viele Kills. Nein! Er ist der beste Spieler der... Nein, er spielt Shotgun, du... So, du kleiner... Ich habe so viele Kills gemacht. 16 Kills. Ich brauche noch... Oh nein, ich brauche 14 Kills. Das heißt... Oh Gott. Ich muss gefühlt alle Kills machen, die in dieser Runde verfügbar sind. Warum aktive ich hier die Streak? Ich dachte, es wäre die Drohne. Nein. Ach Gott. Da sind Feinde. Da. Nein. Den habe ich gebraucht. Nein. Komm her. Dankeschön. Es wird unmöglich sein, diese Challenge zu schaffen. Man schafft einfach in TDM keine 30 Kills. Was ist aus COD geworden? Was ist aus COD geworden, dass man in TDM nicht 30 Kills schafft? Alter, im BO4 war es normal, dass man 50 gemacht hat in TDM. Auch wenn es Ekea-System war, klar. Aber man konnte auch so einfach mehr Kills machen. Okay, da ist noch jemand. Komm. Sehr gut. Digga. Nein. Gott sei Dank. Ich dachte, ich kriege jetzt einen Turn-On. Hier ist noch jemand. Komm her. Okay, gut. Wie viel haben wir? 23. 23. Kann ich schaffen? Weiß nicht. 68. Nein. Ich glaube, ich kann es nicht. Geh hoch. Ja. Ja. Nein. Die ist so eklig zu steuern. Seit wann steuert man? Spiegelverkehrt. Wenn ich die höchste Streak bekomme, dann könnte ich... Nein. Er dreht sich einfach. Warum? Und? Wie viel habe ich? 24. Digga. Der eine hat sogar Hock im Clan-Tag. So wie er MW spielt, hat er im Clan-Tag. Alter. 24 Kills. Besser wird es nicht. Verdammt nochmal. Gib mir eine gute Lobby. Und wir kommen auf Rust. Ja. Ah. Da wusste der junge Jam noch nicht, was eine dumme Aussage das war. So. Wie sieht mein Team diesmal... Okay. Ich muss einfach hier oben bleiben und meine Kills fahren. Das ist der einzige Weg. Aber dafür habe ich eine falsche Waffe ausgewählt. Merke ich gerade. Muss so eklig spielen wie möglich. Es geht um meinen geliebten Barty. Ich nenne ihn Barty. Das erste Mal in meinem Leben habe ich... Okay. Ich habe gejogt. Ich bin hier unten. Nein. Er ist der beste Spieler der Welt. Okay. Wir nehmen die Graue. Aber ich glaube, ich habe keine Aufsätze für sie. Wir nehmen die Graue und gehen nach oben und das ist die Taktik. Das Ding ist, das ist auch eine Map, wo einfach die anderen mehr Kills und schneller die Kills machen werden. Wisst ihr? Das ist das Problem. Das heißt, das Spiel wird auch allgemein... Oh nein. Eine Claymore habe ich dabei. Einfach allgemein schneller zu Ende gehen und das ist ein Problem. Nein, da unten. Ach verdammt. Warum hat man hier keine Kamera, wo man reinfliegt? Was richtig gut ist. Aber jetzt springe ich immer nach und respawnen. Warum? Guck jetzt. Guck. Zack. Und man respawnt. Das ist so gut. Aber wenn es hier geht, warum geht es nicht auf allen anderen Maps und Modis? Ich verstehe es nicht. Warum nur hier? Das ist doch so dumm. Digga. Komm her. Das ist irgendwie schlecht. Ich habe die Grauen nie gespielt und jetzt will ich direkt damit Kills machen. Das ist so dumm. Digga. Oh Mann. Nein. Wahrscheinlich. Das sind alles die besten Spieler der Welt. Natürlich habe ich so eine schlimme Lobby bekommen. Digga. Komm jetzt her. Und wo bist du? Dankeschön. Das Spiel ist so viel schneller, wenn man direkt respawnt. Guck jetzt. Gleich wenn ich sterbe. Ich weiß, dass ich gleich sterben werde. Weil es ist einfach... Gleich wenn ich sterbe, werde ich so schnell im Spiel geshit... Nein. Guck jetzt. Ich spawne. Jetzt. Seht ihr, wie schnell es ist? Das ist so gut. Das ist eigentlich perfekt. Aber das Ding ist, ich habe vergessen, dass die anderen auch viel mehr Kills machen können auf dieser Map. Ich glaube, ich habe verkackt. Vor allem, wenn ich solche Gegner habe. Ja, ich habe 10 Kills. Ich muss 20 machen. Das heißt, ich habe die... Das ist unmöglich. Rust ist so dumm. Warum wollte ich Rust? Ja. Das Spiel ist so gut wie gelaufen. Ja. Ich habe keine Chance. Ich habe 13 Kills. Ich brauche 17 noch. 17 Kills ist nicht mehr machbar. Ich habe... Ich habe verkackt. Das kann nicht sein. In BO4 hätte ich es so easy jedes Mal geschafft. Da ist es schlecht, wenn man mal nicht 30 Kills im TDM hat. Jetzt hier sowas, Mann. Hier waren sogar zwei dieser scheiß Minen, Mann. Ihr Ekling! Ihr dreckigen... Dreckige... Eieieiei! Gut, Leute. Dann gehen wir jetzt zum Rasieren. Es ist ja auch gut. Man soll ja irgendwann mal sein Bart abrasieren. Es ist gesünder. Man kriegt ein bisschen Luft. Ich versuche es mir gerade nur gut zu reden. Ich fick meine... So, Leute. Yeah, yeah, yeah! Der Schussfilm. Mein Gott. Ah, ein Streitschuss! Okay, sorry. Mann, ey. Und das alles nur? Weil die Lobbys in deinem Weg scheiße nicht. Wo hört man jetzt hier auf? Wo hört man da jetzt auf? Ich weiß nicht. Wo ist nein? Haar? Und wo ist bar? Ich hasse mein Leben gerade so. Nein! Nein! Ich bin zwölf. Schau mich mal richtig an. Mhm. Schau mich mal richtig an. Mann, ich bin kein Mann mehr. Ey! What's up, man? I have that, man! She's twelve years old! Ja, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte lasst es für den Scheißen. Alter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer 12-Jähriger. Ciao.